Ich habe mir für meinen Vortrag eine Frage aus dem Begleittext zu unserer schönen Tagung herausgepickt. Dort wird danach gefragt, welcher gesellschaftliche oder diskurstheoretische Rahmen festlegt, welche sprachliche Äußerung auf welche Weise interpretiert werden soll und danach, welche kognitiven Routinen semantisch-pragmatische Prozesse bedingen. Ich möchte solche kognitiven Routinen im Zusammenhang von zwei Phänomenbereichen diskutieren, der Identifikation von agentivischen Ereignispartizipanten und der Verwendung und Interpretation von sogenannter abstrakter Sprache. Ich möchte dabei zeigen, wie ich mit diesen Phänomenen in meiner Theorie der Instruktionsgrammatik umgehe, eine Spielart einer Konstruktionsgrammatik im Goldberg-Lengecker-Croftschen Sinne. Sie weicht aber von diesen Konstruktionsgrammatiken in einigen zentralen Punkten ab. Solche Abweichungen möchte ich exemplarisch herausarbeiten und zu begründen versuchen. Mein Ziel ist es, den kognitiven Konstruktionssemantikern unter ihnen kopfzerbrechend zu bereiten. Fangen wir mit dem ersten Phänomen, Stichwort Agentivität, an. Hier ist ein erfundenes, aber realistisches Beispielszenario, an dem ich paradigmatisch bestimmte kognitive Routinen bei semantisch-pragmatischen Prozessen zeigen möchte. Die Stiefgeschwister Pierre und Julia sitzen mit ihren Eltern Carla und Nicola beim Frühstück. Julia beugt sich nach vorn und ihr Arm bewegt sich in Richtung der Milchtüte. Sie berührt sie mit den Fingerspitzen. Die Milchtüte fällt herunter und Milch verteilt sich auf dem Boden. Pierre und sein Vater Nicola haben die Szene beobachtet, während Carla abgelenkt war. Pierre sagt nun zu Carla, Julia hat die Milch runtergeworfen. Carla hat es gehört und wendet sich ihnen zu. Nicola sagt zu Pierre, nein, sie ist ihr runtergefallen. Und Pierre signalisiert hier kein Missverstehen. Ich glaube, wir verstehen vortheoretisch alle, was hier passiert ist. Der kleine Pierre verwendet eine Äußerung, mit der er Julia verantwortlich für das macht, was sie getan hat. Sein Vater Nicola hingegen spricht Julia von dieser Verantwortlichkeit frei. Handlungstheoretisch etwas expliziter. Pierre unterstellt Julia, dass das Herunterwerfen der Milch ein Mittel für sie war, einen bestimmten Zweck zu erreichen. Nicola hingegen mag anerkennen, dass Julia zwar irgendeinen Zweck verfolgt hat, zum Beispiel die Milch zu nehmen, ihr die entsprechende Handlung aber misslungen ist und ihr das Herunterfallen der Milch bloß widerfahren ist. Und wir kennen auch alle die praktisch-sozialen Implikationen dieser unterschiedlichen Einschätzungen des Ereignisses. Pierre möchte wahrscheinlich, dass Julias Tat sanktioniert wird. Aus Nicola's Sicht sind Sanktionen unangemessen, da Julia ja nichts dafür konnte, dass die Milch heruntergefallen ist. Wie kommen nun diese unterschiedlichen Interpretationen und die sprachlichen Äußerungen in Folge eigentlich desselben Ereignisses zustande? Haben Pierre und Nicola das Ereignis verschieden wahrgenommen? Betrachten wir uns die möglichen Faktoren im Einzelnen. Bei den frühen Bottom-up-Wahrnehmungsprozessen, bei denen kategoriales Wissen noch keine Rolle spielt, passiert nämlich Folgendes. Die Objekte im visuellen Feld reflektieren Lichtwellen, die auf unserer Retina landen. Die Signale werden dort in elektrische Ladungen transduziert und an weitere Verarbeitungsstationen weitergegeben. Nun kann man zeigen, dass etwa im primären visuellen Kortex die Neuronen retinotopisch organisiert sind. Das heißt, die relativen räumlichen Beziehungen der Reize auf der Retina bleiben in der neuronalen Struktur erhalten. Damit hat das Perzept des Ereignisses tatsächlich bildhaften Charakter. Der Output des primären visuellen Kortex kann als desintegriertes Bündel visueller Merkmale beschrieben werden und die sogenannten Gestaltgesetze helfen dabei, diese desintegrierten Bündel in Teile und Ganze zusammenzubinden. Zu einem Objekt der Wahrnehmung wird zusammengebunden, was einander nahe ist, einander ähnlich ist, gute Linien konstituiert, geschlossene Formen bildet und sich zusammen bewegt. Ein solches Objekt können wir als Figur der Wahrnehmung bezeichnen und es wird von einem Hintergrund oder bloß Grund abgegrenzt. In den folgenden Abbildungen werde ich Figuren als Kreise und Gründe bzw. Hintergründe als Polygone abbilden. Wir können davon ausgehen, dass Pierre und Nicola hier die gleichen Figur-Grundkonfigurationen wahrnehmen, aber aus leicht verschiedenen Perspektiven. Eine erste Figur-Grundkonfiguration ist die zwischen dem Julia-Objekt und dem Milch-Objekt. Sie sind aufgrund ihrer Merkmale beide potenzielle Figuren, aber Pierre und Nicola richten ihre visuelle Aufmerksamkeit auf Julia, weil sie sich bewegt und die Milchtüte nehmen sie maximal als objekthaften Grund wahr. Die Milch ist hier als Fünfeck abgebildet. Dann ändert sich aber etwas. Weil das Milchtütenobjekt sich auf einmal bewegt, wechselt die visuelle Aufmerksamkeit auf dieses Objekt und verfolgt dessen Bewegung über die Tischkante nach unten. Die Milch wird Figur vor einem nicht-objekthaften Hintergrund. Nicht-objekthafte Hintergründe werden als Vierecke abgebildet. Hier der Boden. Das beide Teilereignisse integrierende Perzept kann so dargestellt werden. Für unsere Frage bedeutet das, dass das Resultat dieser Bottom-up-Wahrnehmungsprozesse bei Pierre und Nicola zu Perzepten führt, die in allen relevanten Aspekten gleich sind. Schauen wir uns an, welche Informationen in diesen Perzepten nicht vorhanden sind, aber für ihre sprachlichen Äußerungen nötig sind. Für Pierre und Nicola ist nicht wahrnehmbar, ob die Objekte fähig zur Selbstbewegung sind oder nicht. Sie haben nicht wahrgenommen, ob es sich um eine Verursachungsrelation handelt und was die Ursache war. Sie haben bloß eine Konjunktion von Figur-Grundrelationen wahrgenommen. Sie haben nicht wahrgenommen, ob das Julia-Objekt etwas absichtlich oder unabsichtlich getan hat, ob das, was sie getan hat, eine Leistung oder Fehlleistung ist und so weiter und so fort. Haben Pierre und Nicola das Ereignis dann unterschiedlich kategorisiert beziehungsweise konzeptualisiert? Nun, wir wissen, dass Menschen selbst in Abwesenheit von Stimuli in der Lage sind, Vorstellungen oder, wie ich sage, Konzeptualisierungen top-down zu evozieren. Stellen Sie sich beispielsweise einen Schäferhund auf einer Drehplattform vor. Nun kann man zeigen, dass dabei ihre Hirnregionen aktiv sind, zum Beispiel im primären visuellen Kortex, die eine retinotopische Organisation aufweisen, also die, die auch aktiv wären, wenn sie den Hund tatsächlich wahrnehmen. Und wenn ich Sie bitte, sich vorzustellen, wie der Schäferhund sich auf der Drehplattform im Uhrzeigersinn dreht, könnte man zeigen, dass sie für diese konzeptuelle Operation desto länger bräuchten, je weiter sie den Hund rotierten. Das alles weist darauf hin, dass top-down zu konzeptualisieren heißt, eine Bottom-up-Wahrnehmung zu simulieren. Das heißt auch, dass Konzepte genauso strukturiert sind wie Perzepte und bildhaften Charakter haben. Um erkennbar zu machen, wovon die Rede ist, werde ich von Figur und Grund bei der Bottom-up-Wahrnehmung und von Trajektor und Landmark bei der top-down-Konzeptualisierung, d.h. bei simulierten Wahrnehmungen sprechen. Kategorisierung, also das Erkennen von Wahrnehmungen als etwas, besteht entsprechend im Abgleich von Bottom-up-Perzepten mit Top-down-Konzepten. Der Simulationsgedanke hat auch Konsequenzen für das Sprachverstehen. Was Sie getan haben, als ich Ihnen beispielsweise das Frühstücksszenario geschildert habe, war, die Wahrnehmung dieses Szenarios zu simulieren. Ich verstehe also Sprachverstehen als das inkrementelle Simulieren einer Wahrnehmung. Eine sprachliche Äußerung ist für einen Interpreten also eine geordnete Instruktion zur Simulation einer Wahrnehmung. Daher der Name Instruktionsgrammatik. Wir haben gesehen, dass die Perzepte von Pierre und Nicola radikal unterspezifiziert hinsichtlich wichtiger Informationen sind. Was die Kategorisierung, das Erkennen als, nun beitragen kann, ist, etwas von dieser Unterspezifikation wegzunehmen. Zum Beispiel erkennen Pierre und Nicola das eine Objekt als Julia und damit als human und zur Selbstbewegung fähig und das andere als Milchkarton, als unbelebtes, aber solides Objekt, das sich nur durch externe Krafteinwirkungen bewegen kann. Aufgrund bestimmter Hinweisreize wird nun eine kausale Beziehung zwischen Julias Bewegung und dem Fallen der Milch wohlgemerkt top-down inferiert, nicht aber wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund müssen wir sagen, dass auch die Konzepte unseres Ereignisses bei Pierre und Nicola in allen relevanten Aspekten gleich sind. Sie haben nun eine physische Verursachungsbeziehung zwischen Julias Bewegung und der Bewegung der Milch erkannt. Aber auch die Konzepte sind weiterhin unterspezifiziert. Pierre und Nicola können weiterhin beispielsweise nicht erkennen, ob Julias Tat absichtlich oder unabsichtlich erfolgt ist, ob sie eine Leistung oder Fehlleistung darstellt und so weiter und so fort. Bleiben also die sozialen Interpretationen übrig oder das, was in der Sozialpsychologie als Attribution bekannt ist? Soziale Attributionen sind natürlich die kognitiven Routinen, auf die ich hinaus wollte. Ich habe versucht zu zeigen, dass die Verwendungskriterien unserer beiden Äußerungen und ihre Verstehenskriterien weder perzeptiver noch konzeptueller Art sind. Die Sozialpsychologie hat nun aber Faktoren identifiziert, die mitursächlich für die Attribution von Verantwortlichkeit sind. Und Verantwortlichkeit ist ja das, worin sich die Interpretationen des Ereignisses und die Äußerungen unterscheiden. Der Punkt ist, dass Verantwortlichkeit keine perzeptive und keine konzeptuelle Kategorie ist, aber semantisch-pragmatische Prozesse bedingt, sobald eines der Objekte belebt ist. Ich habe also solche sozialpsychologischen Faktoren zusammengetragen, eine kleine Attributionstheorie konstruiert und sie in die Grammatiktheorie eingebaut. Ob also Verantwortlichkeit an ein Objekt der Wahrnehmung oder Konzeptualisierung zugeschrieben wird, hängt mit davon ab, ob die zuschreibende Person erstens das in Frage stehende Ereignis nur beobachtet hat oder selbst der Akteur ist, zweitens ob sie die in Frage stehende Tat als Leistung oder Fehlleistung einschätzt und drittens ob sie gegenüber dem Akteur sympathisch oder auch empathisch oder antipathisch eingestellt ist. Davon hängt nun wiederum ab, ob erstens zweckgerichtetes Handeln oder bloßes Verhalten zugeschrieben wird, zweitens ob die Tat auf persönliche Disposition des Akteurs oder auf Faktoren der Situation zurückgeführt wird und drittens ob hier Lob oder Tadel, Belohnung oder Sanktion als angemessen oder nicht angemessen erachtet werden. Das sind 2x2x2 Faktoren Es sollte also acht mögliche Attributionsszenarien geben. Pierre's und Nicolas Äußerungen entsprechen jeweils einem davon. Für Pierre's Interpretation des Ereignisses trifft folgendes zu. Pierre ist Beobachter Pierre schätzt die Tat als Fehlleistung ein und ist gegenüber der Akteurin antipathisch eingestellt. Also wird er ihr zweckgerichtetes Handeln zuschreiben, die Tat auf ihre persönlichen Dispositionen zurückführen und Sanktionierung als allen angemessen erachten. Und das ist ja auch, was Pierre von seinen Eltern zu erwarten scheint. Nicolas ist auch Beobachter und schätzt die Tat auch als Fehlleistung ein, aber er ist seiner Tochter gegenüber empathisch eingestellt. Das führt dazu, dass er sie von Verantwortlichkeit freispricht, indem er ihre Tat als versehentliches Widerfahren zuschreibt, Faktoren der Situation dafür verantwortlich macht und eine Sanktionierung als unangemessen erachtet. Wie finden nun simulierte Wahrnehmung und Attributionen Eingang in die grammatischen Strukturen der Äußerungen. Nun, Piers Äußerung ist diagrammatisch ikonisch zu seiner Wahrnehmung des Ereignisses. Er versprachlicht die Figur des ersten Teilereignisses, Julia, als Subjekt einer transitiven Aktivkonstruktion und den objekthaften Grund, auf den sie einwirkt, die Milch als Akkusativobjekt. Im zweiten Teilereignis ist die Milch Figur, die sich entlang eines Pfades nach unten bewegt, relativ zu einem implizierten Grund, dem Boden. Daher wird das Adverb runter statt einer Präpositionalphrase gewählt. Das Auxiliar hat und das Verb werfen sind durch die Verursachungsrelation lizenziert. Wo ist aber hier die Attribution von Verantwortlichkeit? Die Antwort ist, sie ist weder grammatisch noch lexikalisch symbolisiert. Die Äußerung ist diesbezüglich genauso unterspezifiziert wie das Konzept des Ereignisses. Hand aufs Herz. Haben Sie schon vorher bemerkt, dass Pierre's Äußerung ambig ist? Zwischen einer absichtlichen und einer unabsichtlichen Lesart? Wir neigen dazu, belebte Verursacher ohne gegenläufige Evidenz als verantwortliche Verursacher zu interpretieren. Ich habe andernorts viel Druckerschwärze darauf verwendet, diese Verstehenspräferenz humanökologisch zu plausibilisieren. Weder in dem Ereignis noch in Pierre's Äußerung gibt es gegenläufige Evidenz. Deshalb genügt es für Pierre, die ambige Äußerung zu tätigen, um seinen Eltern seine Interpretation klar zu machen. Carla, die Mutter und Nicola behandeln nun Pierre's Äußerung als geordnete Instruktion, die Wahrnehmung des Ereignisses zu simulieren und seine und seine Attribution nachzuvollziehen. Sie werden also auf Basis der diagrammatisch ikonischen Äußerung die Wahrnehmung des Ereignisses simulieren und aufgrund der Präferenz für verantwortliche Verursacher dem Objekt in der Subjektsposition Verantwortlichkeit zuzuschreiben. Mit seiner eigenen Äußerung sie ist ihr runtergefallen bestreitet Nicolaas aber die Attribution die er auf Basis von Pierre's Äußerung nachvollzogen hat. Wie verhält sich Nicolaas Äußerung zu seinem Konzept und seiner Attribution? Anders als Pierre's Äußerung ist sie eindeutig was die Verantwortungszuschreibung betrifft. Interessanterweise verwendet Pierre eine intransitive Konstruktion. Er verbalisiert die Figur des zweiten Teileereignisses die Milch als Subjekt und verwendet für die Eventualität in der sie involviert ist ein Bewegungsverb mit Adverb sie ist runtergefallen. Die Abwesenheit von Verursachung lizenziert hier das Auxiliar Sein und das Verb Fallen. Soweit ist das noch rein konzeptuell motivierbar. Nicola schneidet aber damit das komplette erste Glied der Kausalrelation ab. Julias Bewegung und Krafteinwirkung auf die Milch und zwar weil er das Herunterfallen der Milch nicht als Teil der zweckgerichteten Handlung von Julia begreift. Dies wiederum ist allein durch die Attribution motiviert. Julia wollte zwar handeln, aber es ist etwas passiert, was ihrem Handlungszweck entgegengelaufen ist. Das Herunterfallen der Milch ist ein unabhängiges Ereignis, das gegen Julias handlungstheoretisches Interesse verläuft. Und dieses Interesse lizenziert den Dativ ihr. Dieser Dativ, wir können auch sagen, dieser Dativ Typ, ist weder perzeptiv noch konzeptuell motiviert, sondern handlungstheoretisch. Durch Attribution. Ich habe drei Schichten unterschieden, Wahrnehmung, Konzeptualisierung und Attribution. Ich habe versucht zu argumentieren, dass ein Agenz folgendermaßen charakterisiert werden kann. Erstens ist es ein Objekt im wahrnehmungspsychologischen Sinne. Zweitens kann dieses Objekt im Rahmen der Kategorisierung oder Konzeptualisierung als Humanes identifiziert werden und unter Umständen als Verursacher inferiert werden. Drittens kann dem Objekt im Zuge der Attribution dann Verantwortlichkeit zugeschrieben werden. Mir scheint, die kognitive Semantik hat nur das Rüstzeug für zwei dieser Schichten Wahrnehmung und Konzeptualisierung. Sie sagt, Bedeutung ist erfahrungsbasiert, Bedeutung setzt sich aus Konzeptualisierung und Construal zusammen, die konzeptuelle Struktur und ihr Construal sind imagistisch, wir können auch sagen bildhaft organisiert. Weder die Tatsache, dass in Piets Konstruktion ein echtes Agenz erkannt wird, eine verantwortliche Verursacherin, noch die Bedeutung des Dativs ihr in Nikolaas Äußerung, noch die Wahl einer transitiven gegenüber einer intransitiven Konstruktion können mit einer bloß kognitiven Semantik im genannten Sinne erfasst werden, und zwar aus dem Grund, dass Verantwortlichkeit keinen Gegenpart in der Wahrnehmung hat. Dies zeigt paradigmatisch das Frühstücks Szenario. Natürlich sprechen Langecker, Goldberg und Croft von prototypischen Agents Partizipanten, aber eigentlich haben sie nicht das kategorielle Rüstzeug dafür, ein Agents von einem bloßen Verursacher zu unterscheiden. Langecker und Goldberg nennen das Agents nicht umsonst einen konzeptuellen Archetypen, Es ist leicht zu zeigen, dass die kognitive Routine der Attribution auch bei anderen grammatischen Phänomenen eine Rolle spielt. Meine These ist daher, echte Agents Partizipanten oder solche mit handlungstheoretischem Interesse an Eventualitäten sind mittels konzeptueller Routinen im strengen Sinn nicht zu erfassen. Wir brauchen die soziale Attribution als gesellschaftlichen oder diskurstheoretischen Rahmen, um die entsprechenden Phänomene erklären zu können. Kommen wir nun zum zweiten Phänomen und der zweiten kognitiven Routine, die ich besprechen möchte, nämlich der Verwendung und Interpretation sogenannter abstrakter Äußerungen. Auch hier möchte ich den instruktionsgrammatischen Umgang mit diesen Phänomenen skizzieren. Meine These ist, im Gebrauch von abstrakten Nomen gibt es keinen konzeptuellen Prozess der Reifizierung. Ich möchte meine Überlegungen an drei Beispielsätzen demonstrieren. Erstens, Abelard küsst Eloise, ein sehr konkreter Satz. Zweitens, der Krieg tötete viele Soldaten, mit abstraktem Subjekt. Drittens, alle Männer kommen aus dem Supermarkt, mit quantifiziertem Subjekt. Welche sind nun die kognitiven Routinen bei der Interpretation solcher Äußerungen? Erinnern wir uns noch einmal an die Grundannahmen der Instruktionsgrammatik. Äußerungen bzw. Konstruktionen sind geordnete Instruktionen zur Ken-Konzeptualisierung. Konzeptualisierung wiederum ist simulierte Wahrnehmung und auf Grund des Instruktionscharakters sind Äußerungen diagrammatisch ikonisch zu Konzeptualisierungen. Dass Konzepte durch Attributionen überlagert werden müssen, soll hier keine Rolle mehr spielen. Unsere drei Sätze sind nun im Rahmen der Instruktionsgrammatik geordnete Anleitungen zur Simulation von Wahrnehmungen und sie sollen diagrammatisch ikonisch zur Simulation von Wahrnehmungen sein. Was heißt das? Für unsere Zwecke können wir diagrammatische Ikonizität folgendermaßen fassen. Keiner der sprachlichen Ausdrücke in einer Äußerung ähnelt seinem Referenten, aber die früher-später-Struktur der sprachlichen Äußerung ähnelt der früher-später-Struktur der wahrgenommenen und oder konzeptualisierten Figur-Grund-Konfiguration. Wir haben eine Ereignis, das zeitlich ausgedehnt ist und in seiner Ausdehnung wahrgenommen wird. Ein Objekt, Abelard, bewegt sich, es ist perzeptiv salient für uns, wir fixieren es visuell und folgen seiner Bewegung relativ zu einem objekthaften Grund, Eloise. Die Konstituenten der Wahrnehmung sind perzeptive Objekte, das haben wir schon gesehen. Abelard kommt zuerst, dann Eloise. Diagrammatische Ikonizität besteht hier zwischen den Objekten der Wahrnehmung und den Ding-Ausdrücken in der Äußerung. Abelard küsst Eloise. Auch die Äußerung ist in der Zeit ausgedehnt. Abelard kommt zuerst, Eloise danach. Aus Verstehensperspektive Wir hören Abelard küsst Eloise. Wir simulieren an der Äußerung entlang die Wahrnehmung des entsprechenden Ereignisses. Unsere simulierte Wahrnehmung ist diagrammatisch ikonisch zur Äußerung. Hinzu kommt, dass nun die Äußerung und unsere simulierte Wahrnehmung auch in einer bestimmten Beziehung zu dem Ereignis stehen, wie es tatsächlich abläuft. Ich möchte das hier nicht weiter thematisieren, es hat aber immense Implikationen für die Sprachverarbeitung. Wichtig ist hier, dass diagrammatische Ikonizität zwischen Ding-Ausdrücken in einer Konstruktion und Objekten in der Konzeptualisierung besteht. Ich bezeichne ein solches Abbildungsverhältnis als motiviert, weil es den Instruktionscharakter von Äußerungen in Reinform darstellt. Als Instruktion, die Wahrnehmung einer Figur in ihrer Beziehung zu einem Grund zu simulieren. Abelard küsst Eloise. Das Glas steht auf dem Tisch. Peter schießt den Ball durchs Fenster. Julia hat die Milch runtergeworfen. Der Erwerb solcher diagrammatischen Konstruktionen ist prinzipiell sehr einfach, nämlich in Situationen geteilter Aufmerksamkeit auf etwas Drittes. Ein Lerner ist in solchen Situationen frequent motivierten Äußerungen mit wechselnden Objekten und Relationen ausgesetzt und wird mit der Zeit regelhafte Korrespondenzen zwischen Figur und Grund in seiner Wahrnehmung und Slots in Äußerungen feststellen. Er wird dann lernen von diesen Korrespondenzen zwischen Figur-Grund Konfigurationen und syntaktischen Slots auch dann Gebrauch zu machen, wenn keine Stimuli mehr anwesend sind. Zum Beispiel in Abelard küste Eloise das Glas stand auf dem Tisch und Peter wird den Ball durchs Fenster schießen. Er kann die Äußerungen nun als geordnete Anleitungen benutzen, um die entsprechenden Wahrnehmungen im Sinne von Figur-Grundstrukturen zu simulieren. Ein Problem sind nun natürlich Äußerungen wie Der Krieg tötete viele Soldaten. Der Lerner wird nun versuchen, beim Ausdruck im Subjektslot die Wahrnehmung eines Objekts zu simulieren. Das wird ihm aber nicht gelingen. Erinnern Sie sich, wie wir in der Wahrnehmung ein Objekt definiert hatten. Als desintegriertes Bündel an visuellen Merkmalen, die mittels der Gestaltgesetze und retinotopischen Abbildungsverhältnissen zu Ganzen integriert werden. Das können nun natürlich auch taktile, auditive oder gustatorische Reize sein. Ein Krieg ist in diesem Sinne aber kein mögliches Wahrnehmungsobjekt. Und wenn Konzeptualisierung simulierte Wahrnehmung ist, wofür ich die Argumente ja ins Feld geführt habe, dann kann auch Konzeptualisierung aus etwas, das in der Wahrnehmung kein Objekt ist, auch kein Objekt machen. Ich bezeichne solche Instanzen von Konstruktionen wie Der Krieg tötete viele Soldaten als Hypostasierungen. Hypostasierung ist eine Form, in der motivierte Abbildungsverhältnisse zwischen syntaktischen Konstruktionen und Konzeptualisierung ausgebeutet werden können. Bei der Hypostasierung kommen Ausdrücke, die eigentlich zur Konzeptualisierung von ganzen Eventualitäten instruieren, so wie der Krieg, in einem Konstruktionsslot vor, der aus Sicht der Motivation für konzeptuelle Objekte reserviert ist. Meine These ist, dass die Befolgung der Instruktion, die Interpretation der Äußerung, die konzeptuelle Dekompression der Subjekt NP in viele einzelne verschiedene Figur-Grund Konfigurationen erfordert. Schauen wir uns eine andere Form der Ausbeutung von motivierten Abbildungsverhältnissen an. Alle Männer kommen aus dem Supermarkt. Diese Äußerung ist ambig. Die erste Bedeutung korrespondiert einem motivierten Abbildungsverhältnis. Das ist die Bedeutung, dass alle Männer zusammen, sozusagen als Haufen oder Pulk, aus dem Supermarkt kommen. Das entspricht der kollektiven Lesart von Alle. Auf perzeptiver und konzeptueller Seite haben wir die Möglichkeit, einzelne Männer oder sogar Männerteile als Objekte auszusondern. Es ist aber auch so, dass der Haufen oder Pulk selbst auch als Objekt wahrgenommen werden kann. Er bewegt sich, hat äußere Grenzen und ist klar von einem Hintergrund abgrenzbar. Die zweite Bedeutung beutet das motivierte Abbildungsverhältnis aber aus. Das ist die Bedeutung, dass zwar alle Männer aus dem Supermarkt kommen, aber nicht als Pulk, sondern einzeln nacheinander. Das ist die distributive Lesart von Alle. Hier wird das motivierte Abbildungsverhältnis zwischen Konzeptualisierung und syntaktischer Konstruktion so ausgebeutet, dass multiple gleichartige Figur-Grund Konfigurationen in einer einzigen Konstruktion sozusagen verpackt werden. Wir haben perzeptiv und konzeptuell aber keine Möglichkeit, alle Männer zu einem Objekt zu integrieren. Meine These ist, dass die Befolgung der sprachlichen Instruktion, also das Verstehen der Äußerung erfordert, dass wir auch hier konzeptuell dekomprimieren müssen. Wenn wir die Äußerung in ihrer ganzen Tiefe verstehen wollten, dann müssten wir die Wahrnehmung, wie der erste Mann aus dem Supermarkt kommt, simulieren, die Wahrnehmung, wie der zweite Mann aus dem Supermarkt kommt, simulieren, die Wahrnehmung, wie der dritte Mann aus dem Supermarkt kommt, simulieren, und so weiter bis zum letzten Mann. Ich unterscheide also ein motiviertes, diagrammatisch-ikonisches Verhältnis zwischen konzeptuellen Objekten und Slots für Ding-Ausdrücke in Konstruktionen von zwei Formen, wie dieses motivierte Verhältnis ausgebeutet wird. Hypostasierung komplexe Eventualitäten tauchen in einem Slot für Ding-Ausdrücke auf und Kompression viele gleichartige Eventualitäten werden in einer Konstruktion komprimiert. Diese Abbildungsverhältnisse motiviert und ausbeutend zu nennen, suggeriert ja, dass motivierte Abbildungsverhältnisse irgendwie privilegiert sind. Und das ist genau, was ich behaupte, nämlich in Bezug auf kognitive Routinen. Ausbeutende Instanzen von Konstruktionen benötigen zum Verstehen eine kognitive Aktivität der Dekompression. Und diese Dekompression hat beobachtbare Reflexe. Ich würde nämlich behaupten, dass motivierte Instanzen von Konstruktionen im Gegensatz zu ausbeutenden Instanzen von Konstruktionen erstens typologisch weiter verbreitet sind, zweitens früher erworben werden, drittens leichter verarbeitbar sind, was das Verhältnis von Verstehensgeschwindigkeit und Verstehenstiefe angeht, und viertens weniger syntaktischen Restriktionen unterliegen. Ich möchte mich hier auf vier typologische Vorhersagen beschränken, die meines Wissens zutreffen. Eine davon illustriert auch, dass motivierte Konstruktionen syntaktisch weniger restringiert sind. Die Meta-Vorhersage dabei lautet, weist eine Sprache eine ausbeutende Instanz einer Konstruktion auf, dann weist sie auch die entsprechende motivierte Instanz auf, aber nicht unbedingt umgekehrt. Bei der ersten Vorhersage bleiben wir gleich beim Alquantor und unserer Äußerung alle Männer kommen aus dem Supermarkt. Eine Sprache, die alle mit der distributiven Bedeutung aufweist, das wäre Ausbeutung durch Kompression, weist alle auch mit der kollektiven Bedeutung auf, die motivierte Variante. Dieses ist belegt. Zweite Vorhersage, eine Sprache mit Reziprozitäts Marker, das wäre Ausbeutung durch Kompression, hat auch ikonische Ausdrucksweisen für Reziprozität, die motivierte Variante. Eine Sprache, die es also erlaubt zu sagen Abelard und Eloise lieben sich oder lieben einander, erlaubt auch zu sagen Abelard liebt Eloise und Eloise liebt Abelard. Auch das ist als mutmaßliches Universal belegt. Dritte Vorhersage, eine Sprache, die multiple Figur-Grund-Konfigurationen in einem Konstruktions-Slot aus aufweist, also Ausbeutung durch Hypostasierung, weist in diesem Slot auch Ausdrücke für perzeptive oder konzeptuelle Objekte auf. Die motivierte Variante. Das heißt, in einer Sprache, in der es möglich ist zu sagen, die Zerstörung der Stadt tötete viele Menschen, ist es auch möglich zu sagen, Godzilla oder ein anderes Objekt tötete viele Menschen. Auch hier ist keine Sprache bekannt, die nicht die motivierte Strategie aufwiese, aber viele, die die ausbeutende Strategie nicht aufweisen. Letzte Vorhersage und in Bezug auf syntaktische Restriktionen Eine Sprache, die das Passiv von einer ausbeutenden Instanz einer Konstruktion aufweist, weist auch das Passiv einer motivierten Instanz derselben Konstruktion auf. In einer Sprache, in der also viele Menschen wurden vom Krieg getötet gebildet werden kann, kann auch viele Schafe wurden von Peter getötet gebildet werden, aber nicht unbedingt umgekehrt. Auch wenn bei der Hypostasierung und Kompression sicher noch Feindifferenzierungen möglich sind, besitzt meine Behandlung der Phänomene bereits Erklärungspotenzial. Was diese Behandlung auszeichnet, ist etwas, das kognitiven Linguisten möglicherweise nicht gefallen wird. Bei der Verwendung und Interpretation von ausbeutenden Konstruktionen gibt es keinen konzeptuellen Prozess der Reifizierung. Was nicht prinzipiell als Ding wahrnehmbar ist, davon kann man auch kein Ding-Konzept haben. Das ist aber die Position von Langacker und Tellme und ich sehe nicht, wo etwa Goldberg davon abweichen würde. Ich sehe auch nicht, welches theoretische Rüstwerkzeug sie alle dafür hätten, die oben genannte Evidenz zu erklären. Mein Eindruck ist, dass Langacker et al. genau ein prüfbares Argument dafür haben, dass Reifizierung ein konzeptueller Prozess ist, nämlich man kann fast alles als Nomen gebrauchen. Andere Argumente sind bisher zumindest unprüfbarer phänomenologischer Natur, Stichwort Summary Scanning und Profiling. Zusammen mit dem Content Requirement ergibt das eine wissenschaftstheoretisch ungünstige Situation, denn mit nur sprachlicher Evidenz plus Content Requirement findet man automatisch ein konzeptuelles Korrelat für jeden sprachlichen Prozess. Meiner Ansicht nach ist das in einer Grammatiktheorie, die auf konvergierende Evidenz setzt, nicht haltbar. Ohne sprachunabhängige Evidenz ist hier kein Content annehmbar. Gerade weil sprachliches Material nicht identisch mit dem ist, was es bezeichnet, kann man damit auch Dinge tun, denen unsere Vorstellung nicht folgen kann. Abelard küsst Eloise und der Krieg tötete viele Soldaten instruieren nicht dazu, sich unter den Subjekten Dinge vorzustellen, sondern dazu, einmal ohne und einmal mit Dekompression Wahrnehmung zu simulieren. Zum Abschluss noch einmal meine beiden Thesen. Erstens, im Sprach- oder Ereignisverstehen ein Agents zu identifizieren, erfordert drei Schichten der Interpretation. Die kognitive Routine der sozialen Attribution, die bildhafte Konzepte überlagert, ist hier die entscheidende. Und These 2 Das Verstehen von abstrakten Nomen erfordert eine kognitive Routine der Dekompression. Ich schließe mit der Bitte, eine Attribution nachzuvollziehen und eine Dekompression vorzunehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020